Hallo zusammen, ich bin Melanie Wieniger und ich bin da mit der Jazz. Sag nochmal netter Hallo. Wir reden miteinander über, ja, über was reden wir eigentlich? Über mein Leben. Du stellst mir Fragen über mein Leben und ich beantworte natürlich alles, weil ich so eine aufgestellte Baby bin. Ja, so ist es. Schau jetzt bei dir. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Shopee Tivoli Sie gehört seit ihrem 17. Lebensjahr zu der Medienlandschaft in der Schweiz und egal, wo sie ihren Weg gerade hinführt, haben wir sie immer gerne gehabt für ihre direkte und sympathische Art. Melanie Wieniger ist ein Wildchild und das wird sich bestimmt auch mit über 40 nicht ändern. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Vorweg mal, welche Frage möchtest du von mir heute nicht hören? Was ist die nervigste Reporterfrage, die ich so lange bin? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich? Ich weiss es eben nicht. Nein, es gibt Leute, die mehr planen und ich glaube, diese Frage passt für gewisse Leute, die sich Zukunftspläne erschaffen oder zumindest das Gefühl haben, sie können sich Zukunftspläne erschaffen. Ich bin nicht so, weil ich glaube wirklich nicht, dass wir das gross kontrollieren können. Aber das ist persönlich meine Meinung. Und darum verbringe ich sehr wenig Zeit, indem ich an die Zukunft denke und versuche noch weniger Zeit mit der Vergangenheit zu verbringen. Sondern du lebst im Moment? Ja, also ich versuche es zumindest. Es ist immer wieder eine Challenge, ist es wirklich. Aber ja, es ist für mich einfach so eine verschwendete Zeit, wenn man den Moment verpasst, wenn man die ganze Zeit rückwärts oder vorwärts schaut. Es ist auch eine Kunst, die Momente zu leben. Es können nicht viele Menschen, einfach so einfach den Moment auch geniessen können. Also ich genieße es extrem mit dir jetzt gerade. Du warst mein Schweizer Model, Testimonial, Schauspielerin. Gibt es noch einen Job, den du bis jetzt noch nicht gehabt hast? Sängerin. Du hast eine wunderschöne Stimme. Wenn ich rede, finden meine Stimme entweder die Leute mega lässig oder auch schlecht. Also am Morgen früh, wenn mir irgendjemand eine Versicherung oder so anruft, sagen sie mal Grüezi Herrwiniger, weil alle das Gefühl haben, ich sehe einen Dude. Singen kann ich wirklich, weiss Gott, null. Aber ich habe mega Freude daran. Das versuche ich den Leuten auch mal zu erklären. Es geht nicht immer darum, gut zu sein in allem. Also wenn ich mega laut mitsingen oder Karaoke oder im Auto singe, will ich dich nicht Leute beeindrucken. Ich will einfach meine Freude an dieser Musik ausdrucken und haben Freude mit mir selber. Das gibt gar nichts. Fällt das wirklich? Aber es klingt wirklich schlecht. Also kannst du ja gerne mal Nein, wirklich nicht. Über uns nicht. Nein, ich will das wirklich niemandem machen. Ich mache es für mich allein. Wir haben vor ziemlich genau einem halben Jahr ein riesengroßes Portrait über dich ins Deutschmagazin gebracht. Und dort hast du ein paar einschneidende Momentkratoren genommen und hast gesagt, ich weiss jetzt, wieso ich auf dieser Welt bin und für was. Erzähl uns mehr. Das ist eben das Schöne, ich weiss, warum ich auf dieser Welt bin und was mein Sinn ist. Aber ich möchte ihn nicht teilen. Nein, es ist schon so ein bisschen, es klingt jetzt, es ist nicht eine Erleuchtung, aber ich habe den Sinn für mich, meinen Sinn, ein bisschen mehr gefunden. Und das bin ich jetzt auch am Vertiefen. Und es tut mir extrem gut, dass ich jetzt irgendwie so wie einen Weg gefunden habe, wo ich mit mir selber vor allem gut leben kann. Das klingt immer so, ja, man ist ja immer mit sich selber. Aber ich kenne extrem viele Leute, die sich mit sich selber nicht auseinandersetzen und irgendwie mit sich selber nicht gut auskommen. Und ich bin oftmals, in meinem Leben glaube ich, auch in einem Moment, in dem ich mit mir nicht gut ausgekommen bin oder ich mir die Zeit nicht genommen habe, um mir überhaupt zu überlegen, komme ich mit mir gut aus, weil ich keine Zeit gehabt habe oder eben einfach nicht nach dem Willen. Lieber davor rennen, ist einfach. Und seit ich das mache, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich sehr gut mit mir auskomme und dass ich echt mega lässig bin. Ich glaube, das ist auch das Goal, das man braucht, um sich selber im Reinen zu sein, um vorwärts zu machen. Ja, ich glaube, wir sind in einer komischen Gesellschaft, vor allem in der Schweiz, ist es so, wenn man mal sagt, hey, ich bin stolz auf mich oder das habe ich erreicht oder das habe ich gemacht oder ich kann es gut mit mir oder ich finde mich mega lässig. Dann heisst immer, du bist eingebildet, oh, das darf man nicht. Man muss humble sein, man muss demütig sein und so. Ich finde, ich finde nicht. Das ist nur meine Meinung. Aber ich finde, wenn du, das klingt jetzt sehr nach Esoterik und das ist auch okay so, es ist mir ein bisschen gleich, wie man es benennen oder betiteln will, aber wenn man nicht mit sich selber gut auskommt und die Selbstliebe zu einem selber nicht findet, dann ist es extrem schwierig, durchs Leben zu kommen. Dann finde ich auch immer meine Meinung, aber dann finde ich, kann man anderen Leuten nicht wirklich etwas geben von einem selber, wenn man sich, es macht ja wie Sinn, wenn du dich selber nicht kennst, kannst du dich selber nicht weitergeben. Deswegen go for it, bist stolz auf dich, bist stolz auf, was du erreicht hast, was du machst. Ja, und auch auf andere. Ja, oder? Ich meine, du kannst die Liebe dann auch, wie du gesagt hast, auch rausentragen und das auch teilen können. Das ist doch schönste. Und auch auf andere stolze, andere Leute unterstützen. Es ist nicht jeder, der auch etwas kann, will einem gerade etwas Schlechtes oder will dem etwas nehmen. Ich glaube, wir leben in einer relativ ängstlichen Gesellschaft. Man hat immer das Gefühl, jemand will dem etwas nehmen oder wenn ich es nicht habe, wenn es die Person hat, darf ich es nicht. Und ich glaube wirklich, wenn man mit sich selber einfach gut auskommt und die Freude an sich selber hat, dann hat man auch nicht mehr Angst oder etwas zu verlieren. Und Angst finde ich wirklich ist die Emotion, die die ganze Menschheit auf dieser Welt hat ab und zu. Aber es ist die Emotion, die meiner Meinung nach wirklich die ist, die nichts bringt. Nicht. Es blockiert einen nur und es kreiert irgendwelche Geschichten im Hirn, die aber nicht existieren, noch nicht da sind. Die einen total kaputt gemacht dem ganzen Ding, obwohl das gar nicht da ist. Und Energie saugen für nichts. Es ist genau das Gleiche, wie wenn es dir schlecht geht, hast du vielleicht zehn, 15 Leute, die du anrufen und erzählen, wie schlecht dir es geht. Aber wenn es dir gut geht, hast du auch irgendjemanden, der dich mit dir freuen und du das teilen kannst. Das sind dann viel, viel weniger. Weil halt einfach viele noch nicht, wenn ich das Gefühl habe, mit sich selber im Reinen sind und halt die ganze Freude teilen können. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir da bringen. Also ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die gleichen Truppen seit etwa 100 Jahren gefühlt. Und das sind einfach die Leute, die ich alles teile. Ob das Schlechte ist, ist gut. Das sind einfach die Leute, die ich als allererstes ans Telefon greife, wenn mir etwas Gutes oder Schlechtes oder Lässiges oder Doofes oder Peinliches passiert. Aber das ist auch etwas, worauf ich auch extrem stolz bin. Das habe ich mir wirklich erarbeitet, über die Jahre. Ich sage dem immer My Wolf Pack. Also wir sind wirklich seit 20 Jahren, 17 Jahre, 15 Jahre. Also es ist und mit denen kann ich alles teilen und bin ja extrem dankbar, dass ich die in meinem Leben habe. Das ist genial. Das braucht man einfach. Das braucht man so nicht. Man muss ja gar nicht alleine durchs Leben. Es hat so doofen Sätze, wo ein Mitrechter wäre, so, ja, am Schluss bist du allein. Nein, also finde ich auf jeden Fall nicht. Also du, ich nicht. Also ich nicht. Ich habe extrem Freude an meinem Umfeld, an meinen Freunden, an meinem Wolf Pack, an meinen Eltern. Also ich sehe mich nicht als Person, die allein durch die Welt muss und ich bin auch jemand, der gelernt hat, nach Hilfe zu fragen, wenn ich Hilfe brauche oder einfach mit Leuten zusammen sein. Und das ist etwas, das einem auch nicht beigebracht wird. Also eben man muss alleine und Kopf haben und Säcklen und all das Zeug. Und ich kann mal finden, nein, ich kann einfach meiner Freundin oder meinem besten Freund anrufen und einfach sagen, du, was hast du gerade vor? Ich brauche gerade Hilfe und das ist okay. Weil die machen es ja mit einem auch. Genau, alles richtig gemacht. Also alles richtig, weiss ich nicht. Für mich stimmt es. Für dich stimmt es. Für mich ist es richtig gemacht. Für mich ist es richtig, definitiv, ja. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laure. Je suis nutritionist ici à Genève. Je consulte soit en visioconferences ou directement en cabinet. Je suis devenu nutritionist car depuis toute petite un gros problème de santé au niveau immunitaire et au niveau du système digestif. En changeant mon alimentation, j'ai réussi en fait petit à petit à améliorer mon état de santé et maintenant, je peux dire enfin que je suis guérie. J'ai changé au final très peu de choses. J'ai juste adopté une alimentation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée et retiré certains aliments et qui me permettent maintenant d'être en plus de santé. Je suis Sabrina et je suis Jessica Marie-Laure, ist wahr, dass diese Präsentation sehr passionnante und instructive ist. Das hat sich herausfordert, dass es in der Lage ist, dass es seine Hygiäne und auch seine Alimentation ist, in der Weise, dass sie den Microbiote ist, für die Gesundheit der Nutzung des Lebens. Und dieses Microbiote, heute, hat es sich herausfordert, dass er wirklich eine Bedeutung auf die Schönheit und die Gesundheit unserer Haut. Wir sind auch bei Lancome interessiert bei der Wissenschaft des Mikrobioms. Das Mikrobiom ist ein guter Ecosystem, vivant und auf der ganzen Haut. Und heute haben unsere Forscher nicht die Wahrnehmung. Unser Mikrobiom ist notwendig, um unsere Haut von allen Außen-Aggressions. Zum Thema Style. Du hast immer sehr gewirkt, als würdest du dich total wohl in deiner Haut fühlen. Du siehst immer super aus. Was ist dein Tipp, den du für dich selbst anwendest und vielleicht etwas weitergeben kannst? Früher habe ich immer gesagt, Tipps gebe ich eigentlich ungern. Denn es ist immer sehr spezifisch auf den Menschen selbst. Mittlerweile gibt es allgemeine Tipps, die mir auch geholfen haben, die es mir gesagt worden sind. Einer davon ist, nicht einfach den Moden anzurennen. Wir sind alle total individuell, alle total anders. Und was jemandem gut steht. Und mit stehen heisst ich nicht nur, hast du kurze Beine, hast du lange Beine, bist dicker, dünner, grösser, kleiner. Sondern wirklich stehen im Sinne von, spürst du das? Das klingt jetzt auch wieder so komisch. Aber fühlst du dich wohl in etwasem? Dann strahlst du das auch aus. Und wenn du einfach den Moden anrennst und dich in Sachen hineinzwängen lässt, weil es ist ja nicht etwas, was du gewählt hast. Es ist quasi einfach etwas, was dir auferlegt wird und du machst das mit, wie es alle anderen machen. Und ich glaube, wenn man sehr jung ist, macht man das. Das ist auch legitim, finde ich völlig okay. Aber es kommt dann eine Zeit, in der man den eigenen Stil entwickelt. Und ich habe das einfach relativ früh schon angefangen zu machen. Durch die Musik, die ich höre, ist einfach das mit... Was man auf deinem T-Shirt jetzt sieht. Das ist jetzt gerade Punk, aber Punk und Rock, das darfst du zwar nicht laut sagen. Es ist auch sehr viel Schlagzeug dabei, sagen wir es mal so. Nein, ich habe einfach relativ schnell meinen Stil gefunden. Ich habe gewusst, ich muss mich wohlfühlen. Weil dann fühle ich mich auch sexy, ich fühle mich schön, ich fühle mich wohl, ich fühle mich stark. Und wenn man mich in etwas hineinzwängt, das modisch ist und angeblich gut aussieht, aber ich fühle mich unwohl, dann strahlst du das auch aus. Ja, dann fühle ich mich nicht wohl und gehe nach Hause. Also sich nicht immer in so Schubladen reintrücken lassen. Ob es Mode ist, oder Gesellschaft, oder Erziehung, oder was auch immer. Einfach mehr auf die Intuition zu hören, auch beim Anlegen und beim Stil. Und weniger auf das, was ihm gesagt wird. Denn selber weiss man es immer am besten. Das ist so. Auch wenn man etwas denkt und dann kommt jemand und sagt etwas und du denkst, eigentlich habe ich das für mich schon entschieden und du musst mir gar nicht reinreden. Aber manchmal gibt es es eben trotzdem, dass man sich beeinflussen lässt. Es kommt davon, in welchem Stadion des Lebens, in welchem Alter man ist. Und das ist mir auch schon passiert, finde ich auch irgendwo durch normal. Aber am Schluss glaube ich, das ist etwas, das ich extrem lässig finde in meinem Alter jetzt, dass ich einfach weiss, das, was bei mir innen spricht, also meine Intuition ist die, die für mich einfach recht hat. Und es muss den anderen nicht passen. Ja. Das ist auch okay. Du musst nicht mit allen gut auskommen. Es muss es nicht jeder verstehen. Du hast kein Nutella-Glas. Nein, wirklich nicht. Das sowieso nicht. Was ist so dein Go-To-Outfit, wenn du weisst, jetzt hast du einen wichtigen Termin vor dir, oder wo du weisst, in dem fühle ich mich wohl, das bin ich. Schwarze Jeans, weisses T-Shirt, Cowboy-Stiffer und Lederjagen. Cowboy-Horn oder? Nein. Cool. Nein, da ziehe ich erst wieder an, wenn alle anderen aufgehört haben. Gibt es Fashion-Footpas, die du dich noch an erinnern kannst, die du auch durchgemacht hast, wo du jetzt findest, hey, wie habe ich das anlegen können? Nein, es hat einmal eines gegeben, das finde ich aber mittlerweile extrem lustig. Ich hatte ein Kleid in einer Moderation auf der Bühne, eine relativ grosse Moderation. Das war, glaube ich, Swiss Music Awards. Dort konnte ich aufgehört rauchen und habe irgendwie fünf, sechs Kilo zugenommen. Und da war so ein Seten, Satin, blablabla, irgendetwas gekleidet. Und mit diesen Skiwerfern, die darauf, äh, macht es dich einfach grösser. Mhm. Aber ich hatte nicht so ein Problem mit dem, weil ich, was bin ich gewesen? Ich bin, was bin ich gewesen? Ich bin 1,74 Meter, bin dort, glaube ich, 63 Kilo gewesen. Und dann hat es geheißig irgendwie etwas gesehen wie eine Mettwurst. Das, was ich eher gefunden habe, medial, habe ich das eher kritisch gefunden. Was gebt ihr für ein Beispiel der jungen Frauen? Absolut. Weil wenn man mit 63 Kilo eine Mettwurst ist, dann ist die Message, die man da schickt, ähm ... Autsch. Ja. Wirklich nur Autsch. Aber mich hat es nicht gross gestört. Also ich bin schon immer das Gummiband gewesen. Dann bin ich wieder so, dann bin ich wieder so, dann bin ich wieder so, dann bin ich wieder so. Und das ist okay. Das ist auch Teil des Körpergefühls und wie man sich gerade fühlt und in welcher Phase man gerade ist. Das ist so. Manchmal geht es auch besser, wenn man ein paar Kilo mehr hat. Ja. Und man ist glücklicher. Ja, oder man denkt weniger daran, man hat keine Lust auf Sport. Und ich bin eh so ein Up-and-Down-Mensch. Das sind Frauen. Das passiert einfach. Das ist der Zyklus, den wir haben. Und das ist auch völlig okay so. Und ich kann, wenn ich Sport mache, habe ich eh wirklich keine Grauzone. Entweder ich gehe fünfmal in der Woche oder ich gehe gar nicht. Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Dann habe ich wieder eine Challenge. Wenn du jetzt mit 43 bist, könnte man das sagen, gell? Naja, das ist einfach so. Wenn du auf die 20-jährige Melanie zurückgeschaut hast. Ja. Was würdest du ihr mitgeben auf ihrem Weg? Überleg dir einmal mehr, was du sagst, bevor du sie sagst. Nicht im Sinne von, dass ich schlagfertig war und meine Meinung geäussert habe. Das finde ich immer noch super. Aber teilweise hatte ich den Drang zu beweisen, dass ich nicht dumm bin. Und dass ich eben nicht auf den Kopf gehabt bin. Und dass ich nicht nur ein Ex in der Schweiz bin. Und das sind halt auch wieder so Schubladen. Aber ich habe mich, glaube ich, zu lange mit diesen Schubladen befasst. Oder? Also ich wollte wie beweisen, dass ich es nicht bin. Und das ist wie schade. Ich habe die Zeit verpasst. Ich wollte auch nicht rüberkommen wie das Haus sein. Darum habe ich mich immer wie einen Typ angelegt. Und jetzt finde ich einmal so, hey nein. Ich hatte meine Weiblichkeit ein wenig verpennt. Und habe erst vor fünf Jahren angefangen, ab und zu Kleidchen anzusehen. Aber nicht, weil ich es nicht gerne angelegt habe. Sondern einfach absichtlich. Genau. Weil du nicht in das Schema bist, wenn er reinpasst. Genau. Und das finde ich ein wenig schade. Ich würde einfach noch einmal sagen, Hör mehr auf deine Intuition. Und mach das, was dir zu gut kommt. Und das, was du wirklich spürst. Und die anderen denken sowieso. Die dürfen auch denken. Weil jeder Mensch hat seine Wahrnehmung. Und jeder Mensch hat vor allem das Recht, seine Wahrnehmung zu haben. Das heisst aber nicht, dass es etwas mit dir zu tun hat. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel eine blöde Kuh findest, heisst es nicht, dass ich eine bin. Aber es ist meine Verantwortung, wie fest ich mich tangieren lasse. Und wenn man das irgendwann mal ein bisschen im Griff hat, dann ist es okay. So wie gar nie ein Lebensweg, der nicht für dich bestimmt ist. Weil wenn ich das so finde, dann ist das noch lange nicht für dich. Genau. Aber auch das Beurteilen von anderen. Früher war es so, wenn die oder der etwas gegen einen hat, dann ist es gleich gegen und dann muss man auch wieder dagegen. Und dann ist Kraft und Kraft einfach nicht gut. Und am Schluss ist es wirklich so, hey, jeder hat seine Wahrnehmung. Und darf sie auch haben. Wenn du Ruhe willst, dann musst du andere Wahrnehmung auch akzeptieren. Weil nicht alle müssen deine Wahrnehmung akzeptieren, aber du nicht. Das bringt dann einfach extreme Ruhe, finde ich. Was ist dein Motto für 2022? Was sind so deine nächsten Projekte oder Pläne? Wo du vielleicht schon überreden darfst? Ähm, naja... Es zieht wieder extrem an. Und das ist schön. Ich arbeite wieder viel. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Was ich mir eigentlich vorgenommen habe, ist weniger überlegen. Einfach machen? Ja. Dann leben wir wieder im Moment. Ja. Ich finde es einfach lässig, dass ich nicht so viel überlegen muss. Und dass ich einfach den Moment lebe. Was wünschst du dir für die Zukunft? Mehr Empathie der Menschen. Und dass einfach die Leute... Äh... Ist mir einfach egal, ob es esoterisch rüberkommt oder nicht. Dass die Leute einfach mit Empathie vorausgehen und einfach mehr Liebe, mehr Licht und sich weniger mit dem rundherum befassen und mehr mit sich selber. Weil das ist eigentlich ein feigen Move, finde ich. Wenn man sich die ganze Zeit über andere unterhaltet und mit anderen Leuten befasst, ist das einfach, weil man Angst hat, sich selber mal unter die Lupe zu nehmen. Und wenn man die Fähigkeit auf die Seite tun kann, und ich sage nicht, dass ich es nie war. Ich hatte auch meine Fähigemomente. Also... Aber einfach ein bisschen mehr sich selber anzuschauen, dann kommt das automatisch, dass man dann ein bisschen mehr Empathie für die anderen hat. Weil wir sind alle nicht fehlerlos, müssen wir auch gar nicht anstreben. Aber lernen, akzeptieren und weitergehen und einfach ein bisschen netter zueinander sein. Ich habe das Gefühl, es ist ein Wandel im Gehen. Ich habe das Gefühl, es kommt langsam. Es braucht noch viel Zeit. Wir sind viele noch nicht an diesem Punkt. Aber es kommt. Es kommt. Ich habe das Gefühl, es ist ein Shift da. Ja, absolut. Oder es trennt sich zumindest. Es gibt die, die noch wachiger sind im Moment. Und dann gibt es die, die wirklich so ein bisschen... auch im Wachwerden sind. Wir werden es sehen. Lagen wir in zehn Jahren nochmal und dann. Wenn wir dann noch da sind. Wenn wir noch da sind. Wenn wir den Tag geniessen. Das stimmt. Wo ist deine persönliche Glückssort? Ich glaube, Los Angeles. Wirst du wieder zurückgehen? Ja. Also ich würde sofort. Es ist komisch. Es gibt ganz viele Leute, die alleine zu gross finden und dann ist die Grossstadt und so viele Amerikaner. Und ja, das ist normal in Amerika. Aber für mich gibt es alles dort. Du hast das Meer, du hast Berge, du hast die Wüste. Und wenn ich dort bin, bin ich meistens sowieso... Eine meiner allerbesten Freundinnen hat das Haus in der Wüste. Da bin ich meistens eh dort draussen. Dort ist gar nichts. Und es hat einfach eine Kraft. Und wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, ich gehöre dort hin. Ich kann es nur so erklären. Und ich finde Ami ist eigentlich recht lässig. Sie sind cool, oder? Ja, also es gibt... Auch dort, wie es Schweizer gibt, die mit einem nicht... Man muss nicht mit allen klarkommen. Ja, 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 logisch. Aber ich habe das, was oft gesagt wird, so das Oberflächliche, finde ich halt einfach neugierig bei den Amerikanern. Und das heisst nicht, dass Simone deine besten Freunde sein müssen. Aber die Schweizer sind es auch nicht. Und das ist das, was man als Vorwurf immer hört. So, ja, dann reden wir einen Abend lang. Und ja, wir gehen in die Ferien zusammen. Und ich komme und besuche in der Schweiz. Und dann gehört man nie mehr etwas. Und ich so, ja, okay, das ist einfach ein anderer Jahr. Da in der Schweiz geht es zehn Jahre, bis man mal einen Freund kennengelernt hat. Also... Man lebt mehr im Moment wieder. Ja, ja. Und das passt dann auch wieder. Und ich glaube auch, dass sie das so empfinden in dem Moment. Und wirklich diese zweistündige Diskussion auch geniessen. Aber man muss ja nicht gerade dann irgendwie... jemand heiraten. Absolut. Das sowieso nicht. Jetzt sind wir wieder mit dem. Hey. Melanie, danke dir viel, vielmals, dass du da warst. Es war mega spannend. Es war schon fertig. Meine Welt. Wie sie mir gefällt. Shopee Tivoli. Also wir können gerne noch weiterfahren. Ja, kommen wir. Einfach mal. Lern und roll. Umsmelzig! Ja.